Die Wüste ist viel heißer, als ich mir vorgestellt habe. Ja, wir müssen jetzt schnell eine Oase finden. Meine Kleider sind schwer durchdrängt. Das ist widerlich. Dann zieh dich aus, Spitzerslampe. Ähm, ach ja. Hier mussten wir mit Enttüllung arbeiten. Hier gibt es Oasen, wo wir uns ausruhen können. Und das ist das Wichtige in diesem System. Und wenn die Leiste links auf rot ist, verlieben wir nur ein bisschen K.P. Wir finden das Orb-Team hier. Okay, da haben wir wenigstens eine Gegnergruppe schon gezeigt. Schade, ich dachte, die werden jetzt schnell sterben, aber... Aber jetzt sterben die. Perfekt. Okay. Ah, ja, okay, ganz klar. Ähm, Enttüllung. Juhu! Geht's da oben nicht weiter? Stimmt, da oben geht's weiter. Dann müssen wir unten... Ich schwitze wie ein Pferd. Danke für diese Info. Sehr hilfreich. Ich bin so durch die Wasser. Ich brauche Wasser. Mein Gott, okay. Ähm, ich glaube, das hätte ich anders einsetzen sollen. Okay, ich hatte keine Minute mehr lange. Ich wusste nicht, Oase. Ganz ruhig. Ich kann, glaube ich, die Oase nochmal hier benutzen, oder? Ja, kann ich. Mein Gott, okay, ich habe hier ein bisschen Leben jetzt verloren, weil ich es nicht geschafft habe, wie die Sätze... Ähm... Ich wünsche dir ein leichter Kleider dabei. Zieh dich aus! Die Option ist auch noch da. Ähm... Geben. Hm, äh, das... Ähm... Gegen was? Claymore. Okay. Ich hätte keine... Ja, okay, ganz ruhig. Ja, jetzt haben die kassiert. Richtig, kassiert. Enthüllung. Ach ja. Verdammt. Okay, der zeige ich wenigstens diesen Gegner dann. Ähm... Schmetterschlag. So. Eingründer wegen, nicht den richtigen... Äh... Äh... M-m-m-m-m... Durchschnitts Gegner. 60. Ich will ja alles hier zeigen, deswegen... Weil ich auch alle Gegner hier zeigen, diesen... ...verfickten... ...Dungeons sind. Wieso wurde ich nicht getroffen damit? Wieso haben die so viel kassiert bisher? Ich habe mich gehört. Ich glaube, das... Ähm... Okay, ich habe... Ja, ganz ruhig. Enthüllung ist ja eine Oase. Ja, ganz ruhig. Jetzt seid ihr glücklich, oder? Mein Gott, okay. Allein hier rumzulaufen braucht nicht alle meine Kraft. Ja, okay. Ach, Mann. Hi, Trank. Danke. Ich bin so durstig. Ich auch, würde ich mal sagen. So, seid jetzt glücklich. Kiss mir die Füße, dass ich euch gerettet habe. Äh... Salamander? Okay. Danke, Garrett. Ach, hier findet man noch einen Gin. Muss man nur suchen. Ich glaube, irgendwo hier... Oder war es hier eine Oase? Irgendwo hier gibt es noch einen... Ach, okay. Hier war die Oase. Hier muss es einen Gin geben. Das weiß ich. Ach, hier ist der Gin. Perfekt. Okay. Äh... Smog. Du kommst zu ihm hier. Verkünden. Magischer Mantelwiderstand. Ja, okay. Ich glaube, ich habe da schon gesehen, was da ist. Ich wusste es doch. Ja, ich... Du bist so durstig. Ich weiß. Und neue Gegner. Ach, komm. Ich hoffe, wir haben das schnell erledigt. Dann... ... habe ich dann ein Part schon... ... für den, äh... Warte, für den Dienstag schon parat. Okay, Level abbekommen. Gut. Warte. Gebet. Wir füllen mal alles hier auf. Äh, ne, wir müssen die Chance haben. Dankeschön. Okay. Jetzt nach oben. Ich glaube, ich habe eigentlich schon alles gefunden. Also, gleich müsste ich alles schon gefunden haben. Ich würde es wie ein Pferd machen, Mädchen. Ich will es nicht wissen. Nein, ich will nicht. Oh, ja. Okay, zu Glück rausgeschnitten. Wieso ist er wieder da? Glückspfeffer, danke. Nein, komm. Da ist nichts. Und ich kann es dir gleich wieder schaden. Sehe ich jetzt schon wieder kommen. Das habe ich gesagt. Nein. Oh, nein. Ja, hier schwitzt du ja ein Pferd. Danke für die Info. Okay, dann haben wir alles hier erledigt. Dann habe ich glaube... Dann habe ich... Ja, ich habe alles dann. Ja, du kannst nicht bei der Zirka bleiben. Geht klar. Was gibt es da unten eigentlich? Gibt es da... Kann man auch irgendwie oben durch? Nein, kann man nicht. Bin dem nicht. Okay, hier nichts. Okay, dann... Ist da was? Sieht irgendwie schon verdächtig aus. Ja, okay, ist nichts. Gut. Ähm... Entschuldigung. Cool, endlich draußen. Ich stelle raus hier. Und ja, hier gibt es auch einen Boss, den wir besiegen müssen. Klasse. Eigentlich müssten wir nicht hier runter gehen, aber ich mache das nur der Vollständigkeitshaber. Weil hier noch eine Truhe ist mit einer Münze. Okay, dann haben wir alles. Boah, Mädchen, beruhige dich. Ja, okay. Okay. Dün, 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 dün. Okay. Jetzt gibt es nur noch den Boss. Mein Gott, ich werde gleich abkratzen. Gebet. Ich werde sowieso den gleich ficken. Entschuldigung. Enthüllung. What the fuck? Ja, das ist der Boss. Mit dem wir uns kämpfen, äh, beschäftigen müssen hier. Mantico erscheint. Ähm, okay, dann werden wir hier noch die ganzen anderen hier benutzen. So, du machst hier halt den Griff, dass er keine Zierattacken einsetzt. Äh, lullt ein Gegner in den Schlaf, okay. Granit. Ich glaube, ich hätte es davor machen sollen. Aber wirkt nicht auf ihn. Okay. Fluch. Das ist so. Nova, fuck off. Ragnarok. Okay. Ähm. Tornado, du machst Eishorn auf ihn. 91 Schaden. 101. Wie hat der noch mal? Ich weiß es nicht mehr. Und Corona. Täuschung. Es weckt mich auf ihn. Giftschwanz. Mein Gott, okay. Ähm. So. Habe ich nicht gegen Gift oder so? Okay, dann machen wir... Ähm. Schnelligkeit erhöhen. Du machst hier mal deine Gift-Heilung. Da sind ja viel schneller dran. Dann können wir auch schneller angreifen. Gift geheilt. Ich glaube, er müsste auch gleich sterben. Also bald müsste er sterben. Also Kindernis. Feuerschlag. Okay, Ragnarok. Okay, du machst dann deine Ramses hier. Du machst... ...deine normalen Angriff. Du machst... ...attacke von denen erhöhen. Eishorn auf ihn. Okay. Kurze Attacke erhöhen. Das muss sein. Ziehen wir mehr ab bei ihm. Und danach geht der Kampf auch viel schneller vorbei. Und Gavit. Giftschwanz. Ich wurde vergiftet. Ähm. Ragnarok. So. Er wird Einschlag von allen. Du machst Gift-Heilung bei ihm hier. Danke. Ragnarok. Nächster Tod, verdammte Scheiße. Okay, Täuschung funktioniert bei ihm. Nova. Täuschung funktioniert bei ihm hier. Okay. Danke. Kiesel. Täuschung. Giftschwanz auf. Ich glaube, Ivan ist gleich tot, wenn ich nix mache. Angriff. Tornado. Betreibt den Tod. Halt schläft. Okay, klappt nicht. Drin drehen. Ich hoffe einfach, dass er jetzt stirbt. Perfekt. Perfekt. Und rein mit uns. Warte mal. Ach so. Ah, okay, okay, okay. Warte. Wo komme ich eigentlich? Ich komme von da, oder? Ich komme von da aus. Was denke ich da mehr? Ich dachte, irgendwie geht es da oben weiter. Aber ich komme ja von da. Also du kannst mir am Arsch vorbei. Okay, die Lama-Kan-Wüste haben wir eigentlich hinter uns. Mein Gott. Und es geht hier gleich weiter. Und es geht da. Nein. Ich bin mir. Nein.